So, willkommen zurück. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Panzerfriedhof und ich muss sagen, ich war noch nie hier, jedenfalls nicht so weit vorgedrungen und wir haben den gerade mal aus der Entfernung gesehen und ich bin jetzt, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das aussieht. Wir sind also jetzt schon ein bisschen länger durch den Wald gelaufen und ich wusste auch gar nicht genau, wo er liegt, ungefähr zwar, aber nicht ganz genau. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn wir ihn tatsächlich gefunden haben. Das Wetter ist heute super und man kann hervorragend ohne Regen, ohne sonstige Störungen sich hier bewegen und wir haben den Blick frei auf den Panzerfriedhof. Mega cool, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist echt der Hammer. Boah, die Sonne ist gerade irgendwie so hell. Ich sehe auf dem Bildschirm gar nichts, aber das ist schon richtig geil. Ich gehe mal hier komplett durch, dass wir einmal so die Panzer so ein bisschen sehen. Ich in einer Reihe. Und jetzt gehen wir mal hin und schauen uns die ganze Geschichte ein bisschen näher an. Jetzt gehen wir mal hin und schauen uns alle relate, dann können wir mal hin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020